Geeignet. Das, was eine gewisse Eignung hat, ist geeignet. Geeignet ist das Partizip von Eignen. Partizip Perfekt. Es ist geeignet oder es war geeignet. Eignen heißt für etwas in Frage kommen, etwas erfüllen. Und oft kannst du überlegen, vor dem Hintergrund deines Anliegens, vor dem Hintergrund der gemeinsamen Ziele, vor dem Hintergrund von dem, was man tun will. Was ist geeignet? Man kann öfters auch seine eigenen Handlungen überprüfen und kann überlegen, was von den vielen Möglichkeiten, wie ich hier reagieren kann, welche der verschiedenen Handlungsalternativen sind geeignet, dass wir die gemeinsamen Ziele voranbringen. Mensch reagiert sehr häufig einfach aufgrund von Kränkungen, aufgrund von alten Reizreaktionsmechanismen, manchmal aufgrund von Gerechtigkeitssinn, der nicht immer angemessen ist, und manchmal auch aus Zuneigung und Abneigung. Klüger ist es zu überlegen, vor dem Hintergrund von dem, was zu erreichen ist, was ist eine geeignete Vorgehensweise. Das war's für Helden.